Angekommen! Kay, sag mal, was geht ab? Was geht ab, Leute? Heute fahre ich Motorrad. Wohin geht's, Mama? Ich treffe mich jetzt mit meinem Papi und gehe zum Asia-Market. Lecker, was holt ihr denn da? Weiß ich noch nicht, mal gucken. Kinder, was geht bei dir? Ach so, du brauchst einen Luftballon. Oh, das ist ja süß. Was geht ab? Ich hoffe, euch geht es gut, ihr wisst Bescheid. Wenn ich die Kamera habe, ist immer Action-Time, ihr wisst Bescheid. Ich habe Kayn versprochen, dass er heute das erste Mal Motorrad fahren kann, Leute. Natürlich kein echtes Motorrad, ihr wisst Bescheid. Aber es hat die Form ein bisschen so wie Motocross. Ihr wisst, Motocross ist richtig schnell. Damit kann man so viele Tricks machen. Was sagst du, Mama? Glaubst du, Kayn wird das heute schaffen? Ich glaube, ja, er schafft alles. Mein Sohn macht alles. Glaubst du, er schafft das heute mit Motocross? Ja, ich glaube schon. Also, soweit ich weiß, heißt er, mit dem ich das abgemacht habe, er heißt Vishnu. Ich habe das mit ihm abgeklärt. Er besitzt genau sowas und ich habe ihn gesehen und er meinte zu mir so, ja, es ist ab 5 zugelassen, Kayn ist 4, ihr wisst Bescheid. Kayn wird dieses Jahr 5, deswegen bin ich gespannt, ob mein Sohn das wirklich umsetzt. Und hast du ja draus ab, ne? Ciao, ciao. Bis später, ja? Wir warten jetzt auf Vishnu, bis Vishnu kommt und dann fährt Kayn heute das erste Mal Motorrad. Besser gesagt, Motocross. Ich bin richtig gespannt. Kayn, glaubst du, du schaffst das heute? Ich bin richtig gespannt, mein Junge. Du bist so ein großer Junge. Ey, guck mal, hier sind so viele. Daniel ist auch am Start. Sein kleiner Bruder ist auch am Start. Jeder, das heute hier am Start, möchte gucken, wie Kayn einfach fährt. So, Kayn, komm mal runter. Wir warten auf Vishnu, bis Vishnu kommt. Ich sag Vishnu gleich Bescheid und dann kommt er und dann fährst du das erste Mal Motorrad. Ich bin richtig gespannt, ob du das kannst. Wow. Mama ist kurz weg. Ja, Mama ist kurz weg. Mama kommt aber später wieder, ja? Ja. Mama, Mama geht Opa. Ja, genau. Mit Opa treffen und dann zum Asi-Markt. Kayn, Kayn, Kayn. Kayn, was ist los? Ey, Vishnu, was geht ab, Mann? Was geht ab, Ruth? Ey, was geht, alles klar? Oh mein Gott, das ist so geil, das Ding. Kayn, was sagst du dazu? Hä? Kannst du mal aufsitzen, mal aussehen, wie du... Oh mein Gott, nein, noch nicht aufsitzen, Kayn. Kayn, noch nicht, noch nicht, noch nicht. Vishnu, du musst ein bisschen erzählen, Mann. Ey, das Ding ist ja richtig geil, Kayn. Was sagst du dazu? Gut. Ist gut? Gut. Esike, was sagst du? Ist gut? Erzähl mal, was ist los, Mann, wie kannst du sowas besitzen? Ich war auf Amazon und hab dort mal rumrecherchiert, seitdem ich klein war, mochte ich Motorräder. Und ab dort dachte ich mir schon, komm, ich bin schon alt genug, jetzt kann ich einen Zorn. Wie alt genug? Warte mal kurz, du bist alt genug, wie alt bist du jetzt? Ich bin zwölf. Du bist zwölf, Mann? Das ist doch nicht alt genug, Mann. Das ist für fünf Jahre, Alter. Ja, okay, für fünf Jahre, aber wie viel kmh? Äh, 25. 25? Ist das illegal oder legal? Äh, illegal. Äh, legal. Äh, legal, legal. Legal? Ja. Krass, aber 25 kmh ist doch eigentlich viel zu schnell für einen Fünfjährigen, oder? Ja, das stimmt. Hier kann man einstellen, ob das schnell, langsam oder medium ist. Wie? Wo kann man das einstellen? Das musst du mir ein bisschen zeigen. Hier zum Beispiel, jetzt ist es auf H gestellt. H ist sehr, sehr schnell. Jetzt, wenn ich den Schlüssel hier... H ist high, ne? High. Ja, high. Und das ist medium. Medium und das ist large, oder was ist das? Nee, langsam. Langsam machst du? Ja, und danach habe ich, äh, wenn ich, jetzt habe ich es auf langsam, man macht jetzt fährt es ein bisschen langsam. Okay. Wenn ich jetzt... Also für Kay musst du es auf jeden Fall langsam machen, ne? Ja, am Anfang kann man langsam machen, wenn er das schon kann, dann kann er medium und dann immer schneller und schneller. Mal gucken, ob ich schaffe. Guck mal, hier, alle sind hier gespannt. Kay, warte, stopp, doch nicht. Du musst doch einen Helm aufhaben, Kay. Ich habe nicht dran gedacht, deinen Helm hinzunehmen. Aber Vishnu, Vishnu, erzähl mal ein bisschen von dir. Du bist zwölf, spielst, machst was zum Hobby? Ich spiele, also mein Hobby ist Fußballspielen und Schwimmen. Ja? Und, äh, ich bin, also ich bin in der siebten Klasse. Oh, und wo bist du gut? Mathe, Deutsch, Englisch? Jetzt kommt's. Sport. Sport? Ja, aber... Aber egal, das war ich auch. Was versuchst du da? Ich versuch's kleiner zu machen, weil Kay ist das so zu groß, weißt du? Kay, du fährst einfach das erste Mal mäßig Motorradball von Vishnu, man. Richtig korrekt von Vishnu, dass Vishnu gekommen ist und dir das ermöglicht. Sag mal ehrlich, also wenn du das gut machst, Kay, dann können wir dir sowas auch bestellen. Vishnu, erzähl mal, wo haben wir uns nochmal getroffen? Also ich war ganz normal Motorradfahren und dann wollte ich zurück nach Hause. Ich war kurz auf der Straße, um umzudrehen, dann habe ich Ben an der Ampel gesehen, dann dachte ich mir so, was, ich kenne dich doch, lass Hallo und siehst das sagen, dann haben wir uns in der Mitte gestoppt, getroffen und dann dachte ich schon so, ja, okay, jetzt wird er mich irgendwas fragen, bitte. Und dann so, komm, lass ein Video machen, ich will für Kay auch sowas holen. Dann dachte ich mir schon so, okay, heute ist mein Glückstag. Ich fand das richtig cool, ne? Ich fand das richtig cool, ich meinte so zu ihm direkt, wow, dein Ding gefällt mir. Kay würde sich unnormal freuen, wenn er auch sowas fahren würde, ne? Ja, das würde er sein. Und so sind wir in Kontakt getreten, oder nicht? Ja, so sind wir in Kontakt. Und Vishnu, ich muss wirklich sagen, du bist ein sympathischer Junge, du. Danke. Bitte. Glaubst du, das ist gut, wenn wir das hier machen auf dem Stein oder sollen wir lieber rübergehen? Ich weiß ja aber, ob wir das drüben... Da funktioniert es besser, aber wie sollen wir das Rollen machen? Ja, das frage ich mich auch gerade. Andersrum gehen. Andersrum gehen? Ja. Oh, Mann, glaubst du, wir schaffen das? Weil ich sehe, ob er kein Feld fällt, hm. Ah, das wäre schwer, dann wäre da eigentlich besser. Ja, ne? Wegen Rasen. Oder sollen wir da, da ist auch ein Rasen. Ja, können wir machen, ja. Ja, ne? Dann Vishnu, komm, steig, okay, warte mal, lass Vishnu fahren. Oder? Okay, stopp. Er sitzt da vorne, ich sitze hinterher. Geht das? Ja, das geht. Okay, Zeit. Oh, aber dein Reifen muss aufgepumpt werden, das ist ja flau. Echt? Ja. Okay, jetzt fahren wir durch. Auf Rasen, bomb. Das ist gerade auf langsam. Okay, was ist los? Bist du aufgeregt? Ich glaube, hier ist eine sehr, sehr gute Fläche für Caden. Oh, er lenkt sogar selber. Lenkt er selber? Ja, er lenkt selber. Wow. So, jetzt beginnt die wahre Sache, Caden. Jetzt beginnt's. Bist du ready? Bist du ready, Cade? Are you ready? Der Rambo, das war gut. Komm, hörst du mal hin, er bringt dir das jetzt ein bisschen bei. Warte, ich will einfach mal sicher sein. Aber mach mal nicht schnell. Das ist langsam. Das ist langsam? Ja. Okay, guck mal, hier fährst du. Wenn du so machst, fährst du. Okay, dann musst du aber deinen Fuß hier rausstellen. Das ist wie Fahrradfahren. Erstmal einen Fuß auf den, ja, da drauf und den, ja, so ist gut. Wie Fahrradfahren? Let's go. Okay, dann let's go. Okay, du musst drücken, nein, du musst auch nach unten drücken, weißt du noch? Warte. Ja, einfach nur halten mit einem Fuß. Nein, nein, guck, ein Fuß lässt du, wenn du Gas gibst, hier, ne? Warte, nein, lass das. Wenn du Gas gibst, dann mach deinen Fuß hier raus, okay? Okay, okay. Drei, zwei, eins. Ey, einfach fasseln. Oh, 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 okay. Wuh, ey, krass. Er kann lenken, ne? Ich mein ja, er kann Fahrradfahren auch. Oh, okay, komm, hier lenken, hier lenken, hier lenken. Okay, stopp, 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 nicht mehr drehen, nicht mehr drehen. Okay, du musst hier bleiben, du musst hier lenken. Ich hab Angst bekommen, dass er jetzt, weil das Ding ist, wo er Gas gibt, er sollte eigentlich stopp machen, aber er muss immer noch Gas geben. Guck mal, ne? Okay, du musst da drehen, auf diese Fläche. Wenn du stoppen willst, ne? Immer noch nicht Gas geben, sondern einmal loslassen. Ja, dann kannst du stoppen. Loslassen. Hier kann man bremsen. Ja, einfach so. Okay? Okay, lass da mal kurz. Ah, du kannst ja jetzt hier fahren. Er kann fahren. Wenn du Gas gibst, musst du das hier nach unten. Ja, und wenn du aufhören willst, wenn du bremsen willst, lässt du das los. Und dann gießt du das nicht mehr, sondern dann lässt du es los. Okay, warte, lass mal erst mal hier hin. Wieder auf Rasen, Kay. Auf Rasen. Hier genau, halt dir einfach, dann geht es weiter Gas. Genau, super. Das machst du gut, Kay. Das sieht richtig nice aus. Ja, ich finde, der macht das auch gut. Kay auf dem Motorrad, du. Lass mal hier jetzt kurz alleine fahren. Für Anstrengung finde ich das gut. Sehr schön, geh weiter. Sehr schön, weiter. Ich bin so stolz auf dich, ne? Kay auf dem Motorrad, du. Komm, lenkt mal schon. Sehr schön. Wow. Ich würde sagen, wir könnten sogar jetzt auch auf Medium machen. So, wir jetzt Medium machen. Das war jetzt das Langsamste, ne? Nein, das ist das... Wow, sehr gut. Kay, sehr gut. Sehr gut. Ja, guck mal, halt 5. Ja, guck mal, er sieht so. fresh aus auf dem Motorrad. Ja, aber das ist richtig fresh aus. Also, machen wir jetzt eine Stufe her? Ja, eine Stufe her. Oh, jetzt kommt's. Jetzt kommt's. Ja! Ein Fuß dran. Ja, und Gas geht es. Und dann ein Fuß. Wow, jetzt ist es schneller, ne? Aber Kay, du musst lenken. Wow, wow. Ey, wow. Kay, komm hier, dreh dich hier hin. Komm hier hin, ey. Oh, oh mein Gott. Jetzt kannst du bremsen. Und Kay, beim Bremsen, ja genau, loslassen. Wow, 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 super. Ey, hat das echt gut gemacht, ne? Für das erste Mal? Ich kann Turbo fahren. Wie bitte? Er sagt, sie kann Turbo, äh, sie sagt, ich kann Turbo fahren. Ich kann Fahrrad fahren. Ja? Ey, das hat Kay aber richtig gut gemacht. Sag mal ehrlich, wie du? Also, für Anfänger würde ich sagen, für ihn... War gut, ne? Für das erste Mal? Ein Applaus auf jeden Fall. Ey, Kay, face. Ey, das war ja Medium, war das, ne? Das war Medium. Aber es geht ja noch schneller. Ja, noch schneller. Oh nein. Ey, eine Stufe ist noch schneller. Es geht ja noch schneller. Ey, unglaublich. Kay, möchtest du noch einmal diese Stufe fahren? Noch einmal, alleine. Wir warten hier mit Vishnu, das Vishnu, den ich jetzt herlaufen muss. Wir vertrauen dir jetzt einmal. Kay, du drehst den Eimer und kommst wieder zu uns. Ey, ich hab ne Besse, also deine Idee war gut, aber ich mein so, wir fahr hier, dreh um und komm dann zu uns in der Nähe und dann stopp. Einfach komm zu uns und stopp. Genau, so meinte ich. Ja, so. Okay. Okay. Okay, jetzt kannst du Gas geben. Ich bin nicht mehr da bei dir. Nein, 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 gib mal den. Kay, genau, wenn du langsamer machen willst, dann nicht mehr so viel drehen. Ganz leicht. Sehr schön, ganz leicht drehen, genau. Oh, er schafft das, er schafft das, keine Sorge. Er schafft das. Er ist ein Löwe, sehr schön. Oh nein, aber ist egal, er weiß schon Bescheid. Oh, sehr schön, Kay, komm jetzt, jetzt runter. Oh. Weiter, komm. Oh, oh, mit Aufstehen und so. Wow. Ey, krass. Oha. Kay, dreh mal auf, komm mal hier hin. Wow. Was für ein fresher Typ. Guck mal. Er kann sogar stoppen. Er kann sogar stoppen. Ich glaub's nicht. Glaubst du, ey? High five. High five. Wo ich anfange, er war, er war sogar besser als ich. Ey, Kay, glaubst du, Stufe? Stufe Large schaffst du, äh, ja, Hard schaffst du? Sicher. Warte mal, Stufe High, meinst du? Hä? Ja, High. Stufe High. Stufe High ist das Höchste, du bist aufgeregt, ne, ich weiß. Aber? Aber das hast du wirklich sehr gut gemacht, Kay. Auf einmal, er bleibt da stehen und so. Und dann lässt er einfach los. Krass, aber nicht loslassen, Kay. Nicht loslassen, nicht loslassen, nicht loslassen. Nicht loslassen, weil du loslässt. Ich kann keine Sache fahren nicht mehr, da hinfahre hier. Ja, aber vielleicht mag ihr, dass sie diesen Hobel runterfahren. Ich hab gemerkt, er feiert das. Ich hab auch gemerkt. Also, hast du jetzt höher gemacht? Ja, jetzt hab ich höher gemacht. Oh, oh, okay, bist du ready? Das wird jetzt so schneller, ne? Du musst aufpassen. Okay, Kina, ja, die... Achtsam, Kina, zur Seite mit deinem Luftballon. Okay, are you ready? Ja. Steady. Oh, 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 hey, aber aufpassen, ey, ich kann ja aufpassen. Oh, 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 oh. Oh, je, big man. Oh, oh, der Boy, der Boy dreht durch. Komm. Oh, 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 oh. Oha, ey, Kay, man, krass. Oh. Aber langsam, oh. Krass, ey. Ey, das, ey, ich bin, ich bin schockiert. Ich bin so, so verklebt. Er macht das voll gut. Er macht und geht auch runter mit dem Tempo und so. Guck mal. Wenn ich Anfänger wäre, hätte ich das sogar stoppen können. Oh mein Gott, das ist das Beste. Ey Kay, du bist echt ein Natur-Talent, ne? Ich muss ihm das antrauen, ich wusste nicht. Wie viel kostet das? Jetzt haben die 500 gemacht, nicht mehr 550. Kostet das jetzt, wie viel hast du denn? 550 hab ich bezahlt. Jetzt haben die 500 gemacht. Hast du bezahlt oder Mama? Oder Papa? Papa. Das Ding ist so geil. Auf jeden Fall. Danke an meinem Papa. Papa, ich liebe euch. Wenn ihr dieses Video seht. Ja, das ist gut. Die gucken auch deine Videos. Ja, du bist dankbar für Mama und Papa, ne? Ja. Richtig Ehre, Mann, ja? Aber ey, krass. Damit ihr Bescheid weißt, wovon ich ihn kenne. Damit ihr Bescheid wird. Von YouTube und ich hab ihn meistens gesehen. Ja, du kannst Gas gehen, alles gut. Du darfst ruhig fahren. Okay, aufpassen, du musst erst mal. Genau. Ey, Leute. Ui. Ui. Ey, Kay, das ist unglaublich. Ich fahr nicht mal, ich fahr nicht mal, ich fahr nicht mal, ich fahr nicht mal jetzt. Ey, er hält das auch voll gut. Na, guck mal. Mit Tempo und so. Guck mal, wie er das macht. Kay, war ich da fahren? Weiter. Er hält nicht die Bremse, sondern er lässt das alleine stoppen. Das finde ich gut. Ui. Oh, hi, hi. Mit Aufstehen und so. Oh, hi, hi, hi. Ey, krass, ey. Ich kann nicht mehr. Ey, ey, ist so cool. Kay, ich bin jetzt ein Fan von dir. Komm, fahr weiter. Ey, wir sind ein großer Fan von dir. Er wird bald Motorradfahrer vielleicht. Ui. Ey, das ist die höchste Stufe. Mit vier Jahren. Mit vier Jahren? Krass. Ui. 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 Ja, ha, ha, ha. Big Man Tank. Ui, ui, ui. Du bist stolz auf ihn, ne? Ich bin stolz auf ihn, ja. Krass, ne? Mit vier Jahren so ein fettes Ding fahren. Guck mal, er fährt ja die ganze alleine rum. Fährt 58, äh, das wiegt 58 Kilo. Das Ding wiegt wie viel? 58 Kilo wie, äh, wiegt das. Und er kann es so behalten. Er kann damit umgehen, ne? Guck mal. Ja, ne? Er fährt das so, als hätte er schon immer sowas gefahren. Ja, ne? Als hätte sein Profis dann, ne? Eihihi. Oh, Kayden. Weißt du, wie stolz ich auf dich bin? Guck mal, Wischlu ist richtig stolz auf dich, Kay. Ich bin richtig stolz auf dich. High five. Also, ich würde dir sogar an deiner Stelle meinen schicken. Ey, Kay. Er haut einfach ab. Ja, natürlich. Ui. Hey. Kay, nicht so weit, ne? Komm her. Er feiert das unnormal. Wischlu, ich danke dir auf jeden Fall richtig korrekt von dir. Alles gut. Dass du gekommen bist, mein Bester. Ich bin so glücklich, dass ich gekommen bin. Glücklich, ne? Also, ich bin auch richtig glücklich, dass du gekommen bist. Guck mal, er fährt die ganze Zeit so, als wäre er schon immer sowas gefahren. Guck mal. Das ist bei ihm. Ah, er gibt nicht viel das. Das ist laut. Kay! Kayden! Kayden hat auch immer zu Kontrollen verloren. Ja. Weißt du, warum er zu hat das gegeben? Ich wollte sie zu Kayden-Referenz machen. Danke, dass du gekommen bist. Ja. Das, was gerade passiert ist, hat dir nicht passieren dürfen, ne? Nein. So, aber zum Glück ist alles gut verlaufen. Kayden geht's gut. Kayden hat nur ein bisschen Schmerzen. Wir gehen jetzt nach oben. Kay, alles gut. Ja, ich bin stolz auf dich. Aber du hättest warten sollen, mein Schatz. Aber das ist nicht schlimm. Ist auch meine Schuld. Komm, wir gehen jetzt nach oben. Ich mach alles überall, wo du schmerzt hast, wird das verbessert, ja? Brauchst dich weinen. Das hast du gut gemacht, Check. Hast du sehr, sehr gut gemacht und ich war stolz auf dich. Guck, wir sind stolz auf dich. Ja, Hauptsache, ihm geht's echt gut, ey. Ich schwöre. Wishtel, wir danken dir, dass du gekommen bist. Ich muss jetzt leider abbrechen. Ja, alles gut, alles gut. Weil es mein Sohn nicht so gut geht, er hat gecrashed. Aber wie gesagt, ne, fahr vorsichtig auf jeden Fall, ne? Und ich hoffe, alles ist gut damit. Wenn irgendwas sein sollte, melde dich, ja? Aber er hat die Kontrolle komplett verloren, ne? Obwohl er das die ganze Zeit gut gemacht hat. Kay, alles gut. Aber tut's weh? Ja, das tut weh, er hat die ganze Zeit irgendwo was. Wir gehen jetzt nach oben, Kay, alles gut. Zum Glück stieß du, dein Gesicht, alles in Ordnung? Oder bist du mit deinem Gesicht irgendwo gehen gekommen? Du hattest einen Helm an, das war gut. Und das Ding lag auf dir drauf, ne? Aber alles gut, Kay. Okay, beruhe dich erst mal oben aus. Ja. 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 Okay, aber alles gut. Abbruch. 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 Komm, sag mal ein bisschen Ciao, sag Danke. Tschüss. Hauptsache, dir geht's gut und alles. Echt? Kinder, sag mal Vishnu, tschüss. Gib mal Check. Ja. Danke nochmal an dich. Tschüss, hab mich sehr gefreut. Richtig korrekt. Ich pack dein Insta rein, ja? Mach ich. Ich pack dein Insta rein, meine ich. Was? Echt? Ich mache ja. Ja. Danke. Cooles Ding. Ich glaube, Kay, wir holen dir sowas, aber du darfst niemals höchste. Aber auf Papa hören. Auf Papa hören. Wenn er bremst, dann bremst. Alles Papa hören. Und er war ja schon bei uns. Alles hat geklappt. Dann ist er nochmal losgefahren. Ja. Aber das war die höchste Stufe, Kay. Das war die höchste Stufe. Ich glaube, das darfst du nicht. Wenn wir das irgendwann holen, darfst du die höchste Stufe nicht fahren, ne? Langsam besser. Langsam ist besser, ne? Aber in deiner Höhe so besser langsam. Ja. Ja. Okay, Vishnu, dann fährst du jetzt los? Ja, ich fahr jetzt los. Oh. Danke. Wenn ich wiederkomme, schenk ich dir auch was. Jetzt sehen wir, wie er losfährt, ne? Vishnu. Ciao, ne? Ciao, ciao. Oh. Tschüss. Ciao, Vishnu. Du bist mein Champ. Ja? Ja?